Leistungsstark wie ein Benzinmotor. Das neue Akkusystem von EGO, Ihrem Spezialisten für leistungsstarke Akkutechnologie. Erleben Sie die Leistung wie von Benzinmotoren, ganz ohne Mühe, Lärm und Abgase. Der Arc Lithium 56 Volt Akku liefert eine Leistung, die in Bezug auf Leistungsdauer und Stärke neue Maßstäbe setzt. Er bietet das branchenweit größte Leistungsvermögen bei tragbaren Akkus. Mit dem revolutionären Akkusystem von EGO. Einfach Akku einsetzen und loslegen. Der leistungsstarke Arc Lithium 56 Volt Akku funktioniert mit allen Geräten der EGO Produktfamilie. Und mit der unglaublichen Leistung des Arc Lithium Akkus von EGO werden Sie staunen, wie viel Sie mit jedem der Power Plus Geräte schaffen können. Mähen Sie mühelos auch große Rasenflächen. Bringen Sie wildwucherndes Gras auf die richtige Länge. Staunen Sie, wie viele Meter an Hecken Sie zuschneiden können. Sägen Sie ohne Ende, Schnitt für Schnitt für Schnitt. Und räumen Sie auch nach dem größten Sturm mühelos auf. EGOS einzigartiger Rapid Charger ist das zurzeit schnellste Ladegerät auf dem Markt. Das innovative, lüftergekühlte System startet früher mit der Aufladung und ist schneller fertig. Es braucht gerade einmal 30 Minuten. Egal was Sie tun, egal wie groß die Aufgabe. Das EGO Power Plus System hat die Kraft, die Sie brauchen, um jede Aufgabe zu meistern. Entdecken Sie die Leistung wie von Benzinmotoren. Vom Spezialisten für leistungsstarke Akkutechnologie. EGO. Power beyond belief.